Sprachmodelle tendieren zu Halluzinationen. Halluzinationen sind quasi Aussagen von Sprachmodellen, die wahnsinnig gut klingen, aber inhaltlich nicht korrekt sein müssen. Mein Name ist Sebastian Erdesheim und ich bin Junior Researcher an der FH St. Pölten im Bereich Reinforcement Learning. Mein Name ist Marlies Tempo und ich bin Studiengangsseiterin im Bereich Data Science. Sprachmodelle wie ChatGPT sind ja derzeit in aller Munde. Wir wollen heute erklären, um was es sich bei diesen Sprachmodellen handelt und auch welche Auswirkungen sie in der Lehre haben. Diese drei Buchstaben werden ja momentan relativ häufig verwendet, aber vermutlich haben die wenigsten eine Ahnung, wofür sie denn überhaupt stehen. Es steht für Generative Pre-Trained Transformer oder zu deutsch auch Generativer Vortrainierter Transformer. Das bedeutet in dem Sinne generativ, es generiert etwas. Es gibt einen Output, der vorher nicht da war. Pre-trained ist es vortrainiert eben und Transformer ist eine bestimmte Architektur von neuronalen Netzen. Und diese können besonders gut mit sequentiellen Daten umgehen, wie zum Beispiel Text. Dabei ist es so, dass sich die Entwickler von den Transformern die Suche prinzipiell allgemein als Vorbild genommen haben, aber konkreter stellen wir uns vielleicht vor die Suche auf einer Videoplattform, wie zum Beispiel diese, auf der dieses Video gerade schaut. Da haben unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Anliegen. Also wir, die das Video erstellen, laden das Video hoch und dieses hat eine Beschreibung und einen Titel üblicherweise. Ihr, die dieses Video anschaut, gebt eine Suchanfrage in diese Suche ein und dabei muss dann eine möglichst gute Überschneidung zwischen der Art und Weise, wie wir unser Video beschrieben haben und der Art und Weise, wie ihr eure Suchanfrage formuliert habt, stattfinden, damit hier gute Vorschläge für eure Suchanfrage dabei herauskommen. Eure Suchanfrage wird in der Fachsprache dann üblicherweise als Query oder einfach nur Q abgekürzt. Dann die Beschreibung des Videos wäre dann in dem Fall ein sogenannte Key oder Car und das Video, der eigentliche Content selber, ist dann ein Value oder damit vorab gekürzt wird. Also es gibt Key-Value-Paare und die muss man der Query zuordnen, so gut es geht. Die Entwickler haben sich dieses Prinzip zunutze gemacht und haben das Verständnis von Sprache deswegen aufgrund von einer Suchanfrage modelliert. Und zwar haben sie hier einen Text als Grunddaten verwendet und das Netz trainiert sich jetzt selbstständig an, welche Komponenten kann man in diesem Satz verwenden, um es als Suchanfrage zu verstehen, welche Komponenten kann man hier für die Beschreibung verwenden und welche Komponenten sind dann später wichtig, um die eigentliche Bedeutung dieses Satzes zu modellieren und dann später in anderen Schichten weiterzuverwenden. Und so lernt dieses Modell mit diesen empirischen Wahrscheinlichkeiten, die wir in unserer alltäglichen Sprache haben, Zusammenhänge zu lernen, hauptsächlich eben Statistiken, Wahrscheinlichkeiten, wie Wörter zusammenhängen. Transformer-Modelle gibt es jetzt schon seit 2017. Da gibt es auch schon viele und die wurden von vielen unterschiedlichen Unternehmen trainiert. Und mit der GPT-Serie wollte Open Air ein hergehen und schauen, wie verhalten sich solche Transformer-Modelle, wenn man die Anzahl der Gewichte nach oben skaliert. Welche Eigenschaften, welche Fähigkeiten entwickeln diese Netze, wenn man einfach nur die Anzahl der Parameter erhöht. Und da hat sich gezeigt, dass dann immer bessere und bessere Sprachmodelle dabei herauskommen. Wie der Name GPT-3 eben schon sagt, es ist das dritte Modell in dieser Modell-Serie. Und hat, ich glaube, um 175 Milliarden Parameter. Also schon sehr, sehr groß. Wie wir vorher schon gehört haben, versuchen Sprachmodelle Sätze zu bilden anhand von Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, das eine Wort setzt wahrscheinlich das andere Wort dann voraus und so werden Sätze ganz natürlich aufgebaut. Das kann es sehr gut machen, da es ja mit ganz vielen Textdaten aus dem Internet trainiert worden ist und da auch weiß, wie wir unsere Sätze gut aufbauen. Ganz wichtig ist aber zu sagen, dass diese Sprachmodelle keine Expertinnen-Systeme sind. Sprachmodelle tendieren zu Halluzinationen. Halluzinationen sind quasi Aussagen von Sprachmodellen, die wahnsinnig gut klingen, aber inhaltlich nicht korrekt sein müssen. Davon muss man sich ein bisschen schützen und auch immer hinterfragen, ob der Output auch wirklich richtig ist. Was kann also JGPD nicht? JGPD kann nicht garantieren, dass es einem immer inhaltlich die richtigen Lösungen gibt. Zusätzlich handelt es sich dabei nicht um ein mentales Modell. Was bedeutet das? JGPD ist kein Problemlöser. Es ist auch schwierig, mit JGPD zum Beispiel Schach zu spielen, denn da wird man schnell darauf kommen, dass sehr viele Züge da illegal gezogen werden von diesem Sprachmodell. Auch mathematische Denkweisen kann es nicht sehr gut reproduzieren und macht hierbei noch ganz viele Fehler. Das Problem bei solchen Sprachmodellen sind, dass sie natürlich mit ganz vielen Daten trainiert worden sind und zwar mit Daten bis von 2021. Und natürlich lernen diese Sprachmodelle auch immer noch kontinuierlich nach. Das heißt, die Interaktionen, den Input, den wir mit diesen Sprachmodellen auch führen, wird wieder für ein kontinuierliches Training herangezogen und diese Sprachmodelle werden besser. Aber Vorsicht, ein Sprachmodell ist nicht mit dem Internet verbunden und kann nicht auf die Wissensbasis des Internets in Echtzeit zugreifen. Es weiß genau das, womit das vorher trainiert worden ist. JGPD wurde in drei Phasen entwickelt, nämlich zum einen wurde das existierende Modell GPT-3 hergenommen und zuerst feingetunt. Anschließend wurde eine Reward-Funktion von Menschen Interaktionen trainiert und mit dieser Reward-Funktion wird in der dritten Phase dann das eigentliche Modell verfeinert und verbessert. Hier gab es aber dann wieder Rückkopplungseffekte, wo Menschen nochmals die Reward-Funktion verbessern konnten. Und das ist in einer Trainingsschleife, dann hat sich gegenseitig immer weiter verbessert und verbessert. Und dabei wurde ein Verfahren verwendet, das sich Reinforcement Learning from Human Feedback nennt. Im ersten Schritt haben sie GPT-3 gefinetuned, indem sie konkrete Aufgabenstellungen hergenommen haben, zum Beispiel eben erkläre mir das Planetensystem, wie wenn ich ein Sechsjähriger wäre, und haben Menschen diese Erklärung durchführen lassen. Und daraufhin wurde GPT-3 nach wie vor supervised, also mit existierenden, tatsächlichen, echten Lösungen, feingetuned. Das hat schon mal ein bisschen besser funktioniert, war aber immer noch nicht zufriedenstellen. Und jetzt wollte man eben dieses zuvor erwähnte schon Reinforcement-Learning-Prinzip anwenden. Es hat aber die Reward-Funktion noch gefehlt. Und die haben sie nun ebenfalls antrainiert, in einem zweiten Trainingsrad, das parallel zum ersten Trainingsrad dann stattgefunden hat. Und zwar haben sie eine Aufgabenstellung gegeben und ein oder mehrere Modelle Antwortmöglichkeiten, üblicherweise vier bis sechs Antwortmöglichkeiten generieren lassen. Und ein Mensch musste dann diese Antwortmöglichkeiten ranken nach, was ist die beste Antwortmöglichkeit, die zweitbeste, drittbeste, viertbeste. Und diese Daten haben sie dann in einer Supervised-Methode, also wieder mit, es existieren Labels dazu, hergenommen, um diese Reward-Funktion anzutrainieren. Und dadurch hatte man ein Modell für die Reward-Funktion. Und dann haben diese beiden Räder begonnen, sich zu drehen. Sprachmodelle wie ChatGPD werden aus dem Unterricht nicht weggehen. Also es wäre illusorisch zu denken, dass man das verbieten kann. Trotzdem sollte man immer Empfehlungen auch mitgeben im Umgang mit solchen Sprachmodellen. Meine erste Empfehlung wäre auf alle Fälle Vorsicht quasi vor dem Inhalt, der generiert wird. Immer hinterfragen und kritisch bleiben. Denn, wie ich vorher schon erwähnt habe, es kommt zu Halluzinationen. Das heißt, nicht Inhalte ungefiltert eins zu eins zu übernehmen. ChatGPD kann als Interaktionspartner in der Lehre dienen. Also das heißt, wir haben gute Erfahrungen beim Programmieren gemacht. Wenn ich jetzt irgendwie Unsicherheiten habe, ich kann ChatGPD-Fragen kritisch hinterfragen, aber auch so Interaktionen führen. Und manchmal hilft es mir auch, um Schreibblockaden, Programmierblockaden zu überwinden. ChatGPD kann Texte kürzen, es kann Texte erweitern, es kann aber auch Texte verfeinern. Das heißt, ChatGPD kann natürlich für die Lehre verwendet werden, sowohl für Studierende als auch für Lehrende. Was man aber schon sagen muss ist, wenn Lehrende sagen, dass in diesem Setting Sprachmodelle wie ChatGPD nicht angebracht sind, dann sollte man sich auch daran halten. ChatGPD ist ein mächtiges Werkzeug, das auf künstliche Intelligenz basiert. Allerdings ist es nicht nur das, sondern es ist auch eine Internet-Applikation. Und wie mit jeder anderen Internet-Applikation kommen damit auch Risiken ein. Das heißt, seid bitte immer vorsichtig, welche Informationen übergebe ich so einem Tool, denn im Endeffekt verlassen diese Informationen meinen Einflussbereich. Und das kann Konsequenzen haben, wenn es sich um sensible Informationen handelt. Habits, Tipps und Pilotlisk это hat sich sein. Sy Ergebnis ist das all.